Also mit diesem wenig Gravity ist es echt cool zu spielen hier. Ich glaube bei diesem Timing Ding schade fast geschafft. Die erste Stufe habe ich schon. Die erste Stufe von was? Bei diesem Timing Ding an wo die Kille wieder üben muss. Da habe ich die zweite geschafft. Und dein Level, sehr gut. Achso da im Büchregal wie? In der Bibliothek? Im weißen Raum da? Ja. Ach du bist unglaublich. Ich hatte keine Chance. Das ist echt nicht mein Ding. Ich habe gerade beide Räume geschafft. Okay. Lass mich doch da raus. Was ist denn los mit dir? Bist du unten hast du einen Knopf gedrückt? Ja. Dann kannst du wieder hoch springen. Dann hast du einen oben Raum wieder. Wo du drei Knöpfe drücken kannst. Und hast du lieber auf den K ψation gesagt. Uh-hm. Ah, war ja klar. Ah, das ist ein blöder Slime-Block für Feri. Ich bin ja wohl zweit, ne? Was ist denn von hinten los? Nein! Unglaublich. Was noch nicht rausgefunden habe, Bischof in der Map ist mit diesen NPCs. Ich bin aber bei den Wolken, glaube ich, soll man sagen. Ah, ne, ja, nachher kommt das. Ja, endlich. So, jetzt auch, ne, ich hasse die Lille-Ranken. Um, ja. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, um so einfach zu springen, eher verkacke ich ihn. So. Ja, so. Möglich ist es. Möglich ist alles. Das ist so hoch. Ja. Der macht nicht wirklich viel Sintersprung. Okay. Das ist so hoch. Und jetzt. Ich bin ja noch rein. ok warte mal seine fehler habe ich viel kann diese soviersprung ding sein und welche die oben werden wo komme ich nachher weiter hier oben wer mir ganz schlecht ich bin habe ich bin moment mal so kann man hier unten durch ich bin hier hochgeklettert und habe gesehen dass unten durch ganz im nächsten raum ist wahrscheinlich ist wenn man runter fällt ich muss immer runter fällt mir wieder von vorne anfangen Ah Wie geht es hier lang? Schaffe ich das? Ja, tatsächlich schaffen wir das. Wo war ich denn hier? Ich war hier oben. Auf einmal macht alles den Sinn. Sehr gut. Ich muss bestimmt da rüberspringen. Zum meisten Sinn. Jetzt Geronimo Aktion aus dem Slime Block. Du schaffst das, komm. Jawohl, habe ich geschafft. Sehr gut. So, jetzt wieder rüber zur Laterne. Darüber springt einer. Jetzt bist du bei... Nein, bist du nicht bei dir bis jetzt. Hallo. Was? Seh dich. Ja, ja. Ich habe hier gerade einen Ziel Sprung. Natürlich bin ich mit dem Slime Block. Ja, sicher. Muss ja lohnen. Man hätte fast direkt rein springen können. Okay. Okay, wieder eine... Boah, jetzt haben sie am Ende tonnenweiser zu zwei Stufen Maps. Wo man richtig weit drücken könnte. Mal gucken. Hä? Jetzt? Kann man das schaffen? Warte mal, ich muss kurz orientieren hier. Da ist der Leiter. Die kommen ehesten da hoch. Hier kommt man aber nur von da drüben hoch. Hier kommt man aber nur von da drüben hoch. Man muss echt den Sprung schaffen, anders geht es gar nicht. Wie viele Blöcke sind das? Hier sind fünf Blöcke. Ich kann es gar nicht schaffen. Noch einer hoch. Es sei denn, man muss von hier... Nee, das geht auch nicht. Ich kann ja nicht einen Block nach vorne und zwei nach rechts. Ne, das geht auch nicht. Ja, das ist gar nicht möglich. Hier oben. Ah, weißt du was? Da habe ich doch gewählt. Die zweite Seite, oder? Ne, also jetzt spielen die aber... Das sind drei Maps, die aneinander hängen. Ja, da hat man viel Spaß, ey. Da hat man viel Spaß, ey. Ohne mal runter zu fallen. Ohne mal runter zu fallen. Ich check die erste Map schon gar nicht. Wenn ich hier drüben bin, komme ich noch mal da hin? Ne, warte mal, ich wäre hier. Ja, hier würde es dann gehen. Ja, da müsste man natürlich noch den Ausgang treffen. Das wäre natürlich dann noch vorausgesetzt. Okay, das wird wieder gehen, so okay. Von hier würde man auch rüber kommen, oder? Ja, okay. Oh, ich weiß, wie das gehen sollte. Ach du Kacke, echt. Ich muss einen Block um die Ecke springen, also. Ja, dann mögen die, ja. Um die Ecke springen und schlagen die. Ne, ne. Ja, genau. Also es gibt, es gibt das einzige Sinn. Ach doch, es hat geklopft, ey. Ja, so geht's, okay. Dann haben wir die Physik, äh, die Mechanik rausgerunden. Ja. 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 Ja, es hat wieder ein Schleimblock gesprungen. Ja, es hat wieder ein Schleimblock gesprungen. Ja. 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 Ich muss den Baum verschwinden. Ah, es hat auch einen Schleimblock gesprungen. Ach du Kacke, ey. Moment mal, der Baum ist symmetrisch, okay, haben sie mich jetzt gar verarscht, die Lösung ist nämlich der Baum da drüben. Ne, haben sie nicht verarscht, du musst von dem Baum rüberspringen, will mich das Spiel echt ärgern. Inwiefern? Ja, die schweren Spiele schaffe ich und die leichten, ne, da fall ich dann runter und verkacke ich. Ah, ich weiss, was meinst, denke ich so, ah ok, ist nur nicht der, easy, oh scheisse. Wird es schaffbar gewesen, der Sprung, das will ich jetzt wissen. Logisch wäre es schaffbar, aber ok, will ich es bringen. Mein Gott. Boah, was ist das für ein Kackesprung ey. Boah, eine Fresse. Jojojojojojojojojojojojojojojojojojoj. Wie ein spannender bloß morgen da ist bei TTT. Schau mal schauen. Schau mal schauen, was ich dann wenigstens melden bin, wenn er nicht da ist. er meldet sich doch schon aber habe ich erstens vorbei ist moment mal muss ich da echt zuerst ins fenster springen ja wieso einfach wenn es kompliziert geht also was was geahnt so voll die verarsche ich und weitsprünge aha nicht mit mir nicht mit mir jetzt kann ich einen trick hier was war das für ein lag jetzt gerade stampeln und dann war ich am boden jetzt ist es doch so habe ich doch verarschen lassen so viel zu weit okay habe ich verarschen lassen oh Okay, wo bin ich jetzt? Ich glaube, das war richtig. Okay, so wir sind in diesem Fläche im Schleimblocke. Okay. Ja, der ist schon mal verkackt. Aber der ist auch extrem abgemessen. Wie der Schleimblocke. Hallo? Was war denn das jetzt? Hallo, gezischt? Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter mit einem Abo. Verpasst hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.